viel spaß dir auch noch bei diablo oder was soll streams heute später doch horror ach so wer stimmt heute ist ja fast eine phobia am start oder freue ich mich morgen auch schon darauf jetzt läuft vielleicht sollten wir mal höher stellen glaubt es geht hier lang sobald ich leichen habe sind die sind die mobs weg noch hatten wir nicht wirklich item glück also wir müssen ein item bekommen was irgendwie jetzt den damage gebracht hat ja also wieder ein durchfall noch die negro handschuhe oder oder so was ok danke mein zuschauer schreibt mir gerade ich habe schon helme gefunden und so war ich laufe ohne helme rum ohne schultern ohne arm schützen alles schon gehabt im inventar einfach alles verkürzt das wäre sonst einfach zu einfach weißt du ja okay muss ja auch ein bisschen challenge noch sein deswegen ist ja kacke wenn wir einfach so durch rennen macht man ja auch so dann nicht das hat da hast du schon recht alles andere wäre langweilig komm das weiter erlassen direkt da stehen ja nein kreis gelaufen ja ich hab's dir gesagt runter oder hoch links geht auch jetzt noch fein polierung in d3 aber stück blizzard nicht mehr ja ich bin mal gespannt wie das mit dem neuen patch jetzt wird geht's it moppel kommt man als letztes mal die ablung gezockt als ob ich jetzt noch weiß wo man langlaufen muss bei diesen kacken maps wo du drei ausgingen hast nichts sagen aber vorher wusste das auch nicht da hast du recht ich wollte gerade sagen was sagst du tatjana ja ich finde auch ganz groß meister drin ich weiß wir folgen mal nein ich bin gestorben schon schon böse komm schon komm schon stirb in den packs hängt man ein bisschen ja moin dagobert hi willkommen in der armee ja gut da ist auch der hammer first deshalb ein bisschen kräftiger ist auch stabil gebaut da machst du nix da hilft auch die fleischpeitsche absolut jetzt wird es ein bisschen zäh ne wobei halt die mobgruppen die gehen echt gut weg muss man sagen runter stellen würde ich jetzt aber auch nicht um den lasst doch so das geht so kann noch mal moment hier so bleiben und ja dann gucken wir mal wenn du hier zum beispiel eine leiche hast ist dann bombt also packs halt im zweifelsfall stehen lassen so eine eben das natürlich dann auch geil ja jetzt nicht gerade geister werden hier morin moin totti hi willkommen danke dir fühl dich gedrückt nice is down elite pack hier bei mir jetzt aber echt viel los ja ja hier ist richtig party boah das war grad richtig gut hier das pack war weg ja 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 solche ebenen brauchen wir auf der schwierigkeit dann läuft das auch da haben glaube ich gute chancen jetzt das war hier die mobs mit andocken genau versuchte ich versuchte auch mal ein bisschen mit ranzuziehen das leben komm der ist gleich da und leute ja nice und letztendlich gürtel ordnungshüter muss das glaube sein so die jetzt schön dass du reinschaust ja nice 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 sehr schön sehr schön sehr schön ja das war versuchen das pack dann hier mitzunehmen irgendwie es kommt bestimmt mit der läuft hinterher der frosch so auf eine richtung ein hier hier ja hier sind viel war genau ich zieh noch mal ein bisschen was mit ran boah perfekt komm du mal hier auch der schneeball da wer hat den geschmissen alter scheiß schneebälle er nur weil sie dich einmal umgebracht haben zweimal ok entschuldigung die schneebälle bringe aber keine doch wie wie schon zweimal schneebälle des hasses hier ja ich bin einfach im schneeball stecken geblieben krass ey hier ist das nächste pack was da unten ankommt ja zieh sie auf jeden Fall alle mit warte mal da oben steht auch hast du die einzelgänger passive jetzt eigentlich mit reingenommen oder nicht äh ne die hab ich rausgenommen ok komm du mit ich hab dafür skelette mit drin mhm ah boah 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 achtung es wird schon wieder aber gleich zweimal ey er kälteeinbruch ja sonst hat gar die kälte imbruch boah gelassen mich hau ab Das ist klar, René. Danke. Nein. Nein. Oh, Legendary Brustschutz. Ich glaube, der Dorn-Curas ist das. Wie hieß der Eisenherz? Ja, das ist Eisenherz. Ja, genau. Eisenherz hab ich. Läuft. Auch nice. Mega. Jetzt können wir schon was umstellen, Botan, wieder. Ich guck. Tatiana? Also wir könnten theoretisch den Movement Spell mit reinnehmen, dann wären wir schneller. Ich würde aber zum Beispiel die Skelette rausnehmen. Weiß ja nicht, was du da machen würdest. Warte, ich hab glaube ich geistig Schlaffreheuchern schon drin. Krümelcherns ist halt so eine Sache, ne? Dann hab ich Heuschreckenflageheuchern. Ich kann's ausprobieren, ich hab noch gar kein Amulett. Wenn ich tausche, bin ich später wieder. Gefäß, das kannst du reintun. Gefäß für den Geist. Okay. Und, äh, Optimismus-Sushi nochmal rein. Ich probier's jetzt mal mit der, mit dem blutigen Pfann. Probier's. Geist. 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 auftauchen nice und ich auf jeden fall so bleiben erst mal später kriegen wir auch noch eine passive die dann den knochensperr verstärkt je weiter du halt von den gegner weg stehst machst du mehr schaden damit ich habe jetzt gebrechlichkeit aura mit reingenommen bzw gebrechlichkeit mit instabilität ab 38 gibt ja die wachsende verderbnis und da dass das müsste das sein wo du mehr schaden macht wenn du gegner verfluchst ja dann würde ich vielleicht mal gucken ob ich dann auch die knochenrüstung wechsel dann die gebrechlichkeit mit reinnehmen damit man mehr schaden moin moin rafnix hi willkommen in der armi mein freund freitod gibt es übrigens auch zu vereinen 40 was war das letzter dienst ach so ok macht belöntchen nehmen wir mit ab dafür ihr zockt mit kanzel das kann nur erfolgt werden ja das habe ich auch gesagt deswegen habe ich ihn eingeladen da kennen wir nix da seht ihr zumindest aus wie profis weißt du ja besser zocken als ich kann man nur viel schlechter geht nicht das ist so dieser schielieder effekt weißt du mhm hi alles fend und hi tischerlein schön dass sie reinschauen komm also noch gibt es keinen starttermin für season 22 man tippt aber auf den 13 oder auf den 20 november da sind die leute sich noch uneinig macht pylonen nice ab dafür schnell wie es geht am besten weil wir haben ja noch gemacht hier ne vielleicht mal das pack wegbomben ja ich ziehe ich ziehe schon mal den rest dran weil können wir schön pullen nice 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 macht gehabt ja bei der ebene lohnt es sich meistens einfach irgendwie durch zu rennen hier ist ein peck links ok das macht leider auch schon vorbei sag fischu liebe grüße und tischerlein vivi hoho tischerlein schön dass du da bist jetzt so eigentlich echt gut mit einzelgänger aber ein movement spell mit drin aber ein movement spell finde ich bringt jetzt in der kombi nicht weil du bist musst dich je ans team halten weißt du bei mir ist es wichtig halt rauszukommen in der notsituation ja aber ich glaube so viele notsituation werden wir hier noch nicht haben wo seid ihr ich hab mich verlaufen unten in der ecke die zweite wobei schnell sein schon nicht so unverkehrt ist ne das stimmt aber wie gesagt wir sind ja eh nur so schnell wie der langsamste in der gruppe ja also ich in dem fall sehr genau die event kraxel von langsam spricht meint er immer sich ja 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 und das ist oh ne zweier dachs legendary muss ich mir einen legendary counter einfügen am besten wär jetzt irgendwie so ne irrschwarzer totes bam 1725 damage jetzt ich hab 600 irgendwas 1500 kniet nieder jetzt geht das wieder aber warte mal hier äh tatjani komm mal zu papa hier guck mal vielleicht kannst du das gebrauchen ne tatsächlich nicht ok dann vielleicht jemand anderes nimmst du mit nimmst du mit nimmst du mit nimmst du mit nimmst du einfach unten in die party nimmst du in der party und dann kann man noch gucken mutter du kannst dich von mir gleich kriegen ooooh wo ist Gardiella nimmst du mit 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 letztendlich wert sie lage es gab oder wie das ding hieß blizzard guckt wieder zu ich hause und in die gruppe rein vielleicht braucht das ding jemand bei mir ist es besser wohnst du eigentlich schlangen mal so alter wo da wohin mit deinem leben diese ebene ist so lästig ja dann müsste jetzt jede sekunde kommen da ist er doch ich hab mich verlaufen aber dass er gleich bei mir ja mai was ist denn los mit dir ich finde es auch immer lustig wenn die skelette komplett woanders standen und du dann dieses mega 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 auch geil an gechacht gute runde ok schnell zurück dann schnell weg hier genau und weiter geht's ich mach zu hast du bist schneller ok dann mach du halt zu ja stimmt mit dem ich ein amulett das hat mir stück eine menge aber das ist ein schwert oder wotan das schon abgesnackt hier ist das schwert ich hab das schwert rausgeschmissen nee das nicht das ist ein praxe das ist ein anderes das hätte ich gehabt gehabt welches das hab ich gerade vercrappt was ist los mit euch zwei leute haben gesagt dass es besser ist hab ich nicht gehört ja direkt einfordern mensch nee sorry hab ich jetzt vercrappt aber ich finde eh gleich noch was ich hab gesagt ihr bleibt schwach wir bannen kraxel von seinem disco ja 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 ich hab gesagt ich zieh euch durch ob ihr wollt oder nicht dann machen wir mal hoch hier macht niemand mehr schaden das sehe ich nicht ein ja schaden machst du denn was ist jetzt die erste meine frage hast du denn wie viel schaden hast du denn 1800 knapp dann bin ich mit 1700 gar nicht so weit weg ne du bist nah dran also ich bin auch ja 1700 ein paar zerquetschte 884 884 yeah geht's ja das ist wie die leichen der Exkursion das hier ist ein Pack ok dann mach's kaputt bin dabei Achtung wird kalt Eis Eis Sarkasmus Sarkasmus schön dass du rein schaust 1.000 über das lauf bin ich nach ne also ihr kennt dat das bestimmt die Sackgasse ja ja ist generell wenn ich irgendwo hinlaufe ist das eigentlich immer eine Sackgasse ist bei Tatjana auch wenn ihr keiner hinterher läuft dann hat sie den richtigen aber guck mal wenn Kraxel und ich dann zusammen vorlaufen dann wird aus Minus und Minus Plus dann geht's da lang richtig dann öffnen sich die Wege quasi oh ein Amulett das muss ich haben Aldita schön dass du reinschaust wo sind wir denn hier eigentlich wo sind wir denn hier eigentlich